Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir hinaus wollten. Achso, ja, genau. Und zwar, wir hatten gerade Country-Musik gespielt und wir hatten es erwähnt, dass viele Musiker von Rock'n'Roll aus dem Country kamen, dann zum Rock'n'Roll hin sich bewegt haben. Das tun wir jetzt auch. Der nächste Song könnte theoretisch von uns sein, ist er aber nicht, weil ein anderer Mann hat ihn schon ein paar Jahre vorher aufgenommen. Mr. Eddie Cochran und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Hier gehen die Arme nach oben. Eine hat den Namen des Künstlers erkannt und das reicht uns völlig aus. Jetzt wichtig, Freunde, dass ihr uns ein typisches Rock'n'Roll-Geräusch gebt. Gebt uns mal ein Huuu. Das ist schon jetzt richtig, jetzt nicht mehr gefährdermäßig. Also ihr müsst schon mal ein bisschen aus und raus gehen. Einmal auf unser Zeichen und Huuu. Genau das brauchen wir jetzt, 36 Mal. Eddie Cochran, come on everybody. Das ist schon jetzt. Das ist schon jetzt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.